Was ist denn mit Gold los? Eigentlich reden wir alle über Inflation und darüber, dass der Kurs eigentlich ja nur nach oben gehen kann von Gold. Ja klar, wenn die Waren alle immer teurer werden, wenn man Angst hat um seine Währung, ob die wirklich noch Bestand hat in Kürze bei der ganzen Gelddruckerei. Und das ist ja nicht nur ein amerikanisches Problem. Die EZB hat gedruckt bis zum Umkippen. Die japanische Notenbank hat ebenfalls Geld kreiert, muss man ja richtigerweise eigentlich sagen. Gedruckt wird ja gar nicht so viel, aber eben kreiert durch die ganzen Programme. Und da müsste es doch eigentlich für Gold tapfer nach oben gehen. Tatsächlich ist die Meinung nicht so abwegig, dass der Kurs nach oben geht. Und der Markt hat es ja schon ein gutes Stück gezeigt. Wir sehen das hier oben im Tageschart nochmal hier im Überblick, dass das ja durchaus ein deutliches Aufwärtsmomentum hier hatte. Allerdings aktuell eben die Bewegung klar noch nach unten geht. Das finde ich gar nicht so absonderlich. Ihr könnt es schon erahnen, anhand meiner Skizze, die ich hier oben drin habe, nämlich so ein bisschen wackelig runter täte doch der Markt eigentlich ganz gut. Wäre auch nichts anderes als das, was wir hier auf größerer Ebene schon mal gehabt haben. Jetzt und auch auf kleinerer Ebene, wie man hier im 4-Stunden-Chart sieht. Jetzt wäre halt mal so diese Größenordnung typisch. Die wäre halt normalerweise dran und wir erreichen so langsam aber sicher die Zone, die für Unterstützung gut ist. Da sind schon ein paar Linien drin im Chart. Die Linien alleine, die machen natürlich den Kurs nicht bombensicher auf der Unterseite. Es kann natürlich auch sein, dass der Kurs da durchgeht. Aber wir sehen ja schon mal, dass eine gewisse Affinität zu diesen Clustern, also immer dort, wo viele Levels relativ eng beieinander liegen, da ist die Chance, dass der Kurs dann eben entsprechend dreht, eben besonders groß. Bitte das noch nicht als Einladung auffassen, um jetzt schon massiv einzusteigen, denn aktuell stand diese Stunde sozusagen, sehen wir, dass noch die Abwärtsbewegung einfach die starke Seite ist, gegenwärtig. Das kann sich aber nun mit Erreichen dieser Zielmarken erstmal zumindest vorläufig ändern, nämlich dass der Kurs jetzt nach oben kommt und wenn das eine Bewegung ist, die steil ist, ist das zumindest erstmal ein gutes Zeichen. Gefolgt von der Korrektur wäre das zumindest vorläufig erstmal ein Anzeichen für ein Wiedereinkauf. Trotzdem, auch dann ist noch nicht ganz sicher, ob das Ganze schon zu Ende ist. Ich mache mal so eine Andeutung, also auch so eine 1 zu 1 Projektion, wie auch immer die dann jetzt aussehen kann, dass der Kurs dann hier irgendwo sein Hoch findet, kann nochmal hier einen tiefer eben mit sich bringen, dass wir dann quasi in die eigentliche Zone reinlaufen. Denn das ist kein Muss um Himmels Willen, aber ich mag es lieber, wenn das Tief, das ihr hier vorne seht, eben rechts von dieser schrägen Linie ist. Das heißt, wir sagen dazu Slope-Indikator oder Spiegellinie, wenn man so will, dass der Abstieg nicht schneller, in kürzerer Zeit relativ gesehen stattgefunden hat, als die Aufwärtsbewegung. Kürzere Zeit, das ist natürlich normal, weil natürlich die Abwärtsbewegung auch nicht so weit führt. Trotz alledem sollte es so ungefähr sich an der Linie orientieren, idealerweise vielleicht sogar ein bisschen oberhalb dieser Linie, dann wäre das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Das Spräche dafür ist allerdings natürlich kein Beweis, dass vielleicht sowas in der Art nochmal käme. Dann hätten wir auch dann hier so unsere Lieblingszone idealerweise erreicht. Und dann können wir ja gucken, ob es dann nicht endlich wieder nach oben geht, so ähnlich wie ich das hier oben angedeutet habe. Ihr seht also, dass dieses sehr eigenartige, für einige zumindest mal sehr eigenartige Verhalten in Gold durchaus nachvollziehbar ist, zumindest aus charttechnischen Gesichtspunkten und dementsprechend auf jeden Fall einen Hinweis geben kann. Wie gehen wir jetzt als Händler damit um? Das können wir nochmal in diesem Fall ein wenig hier beleuchten, wenn wir hier mal im Stundenchart schauen. Wenn die Aufwärtsbewegung jetzt allerdings nur so aussieht, also in irgendeiner Form wackelig, das ist eben noch das Zeichen, offensichtlich jetzt noch nicht, wir gehen nochmal runter, geht die Aufwärtsbewegung als nächstes steil nach oben und, ganz wichtig, die Kombination, die Abwärtsbewegung wackelig nach unten, wackelig immer ersetzbar durch, im Zweifelsfall steil nach oben und ABC. Häufig ist das auch eine dreiwellige Bewegung, wo man sagt, ah okay, das gibt einen so einen Zwischenhoch, dann wäre jeweils das letzte Zwischenhoch sozusagen ein möglicher Trigger für eine vorläufige Fortsetzung der starken Bewegung und die war ja in diesem Teil hier vorne, beziehungsweise in diesem Teil hier vorne. Also dieser Wechsel, das gilt natürlich nach wie vor, auch bei Gold ist das durchaus existent. Insofern wahnsinnig spannend aktuell, im Kleinen, wie es sich jetzt hier im Nachmittag dann eben ergeben wird, allerdings auch im Großen, denn das Bild, was wir bisher hier auf der Abwärtsseite sehen, hat noch alle Chancen, sich als ein positives Bild zu etablieren. Ja, aber was, wenn nicht? Wie kann das Ganze noch weitergehen? Na gut, wenn die Abwärtsbewegung natürlich jetzt immer nur kleine Aufwärtsbewegungen, und zwar wackelige Aufwärtsbewegungen bringt, dieser Art, und es geht immer weiter nach unten, da muss man sich natürlich irgendwann mal die Frage stellen, ja, wenn wir dann hier schon angekommen sind und immer noch, wenn dann höchstens wackelig nach oben kommen, dann ist die Chance tatsächlich groß, dass dieses Bild vorläufig doch erstmal ein Ende gefunden hat. Das ist nicht mein präferiertes Bild, ganz ausschließen können wir das allerdings noch nicht, da will ich noch gar nicht so sehr drüber reden, aber es gibt sogar eine Möglichkeit, die dieses Gesamte hier noch als eine Art Korrektur darstellt, die sogar noch mal hier runter geht, also für all diejenigen, die jetzt sagen, ach komm, das kann nicht mehr passieren, doch, doch, das ist absolut möglich, das werde ich mal am Wochenende in einem übergeordneten Video noch mal zeigen, was das für Bedingungen sind, die dazu führen können und wie das Ganze dann tatsächlich aussieht, das ist also noch nicht gänzlich vom Tisch, dass sowas passiert, aber wie können wir das einschätzen? Naja, genau wie ich das eben gesagt habe, solange das wackelig hier nach unten geht und im Moment sieht das ja noch so halbwegs aus, ist die Welt noch in Ordnung, nur wenn wir beschleunigt nach unten gehen und nur noch wackelig nach oben, dann werden auch ganz schnell ganz andere Szenarien noch mal realistisch. Aber das, wie gesagt, ist übergeordnet, das machen wir in einem Wochenendvideo, ihr kennt das Prozedere ja schon, für diejenigen, die aber nicht nur Wochenendszenarien haben wollen oder die ganz großen Bilder, sondern auch Intraday, für die ist natürlich empfehlenswert bei Born for Trading, sich anzumelden, nutzt das Ganze, ihr habt da einen Link und könnt da mehr Details noch bekommen, auch Intraday zur aktuellen Situation, wo wir da gerade was sehen und viele, viele Tradingmöglichkeiten natürlich ebenfalls. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal oder gleich im Markt.